Willkommen bei CSR Automotive. Heute Audi R8 Spyder RWD, das neuste Facelift und wir haben auch was Schönes gemacht für das Auto. Wie das Ganze ausschaut und wie das montiert wird, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt erst mal 540 PS. Steffen, halt dich fest. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.